Die Verwendung der richtigen Yoga-Ausrüstung ist ein wesentlicher Bestandteil der Yoga-Praxis. Eine bequeme Hose wird Ihnen dabei helfen, während der Posen alles an Ort und Stelle zu halten. Auch ein Sport-BH und ein Stirnband sind hilfreich, damit Ihnen beim Yoga keine Haare in die Augen fallen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von www.intuition.ch Die Wahl einer guten Matte ist ein wesentlicher Bestandteil der Übung und kann über Erfolg oder Misserfolg Ihrer Praxis entscheiden. Achten Sie darauf, dass die Matte nicht rutschig oder zu groß für Ihre Bedürfnisse ist. Yogamatten sollten bequem sein und sich leicht mit einer Hand anheben lassen. Sie sollten außerdem glatte Kanten haben, damit sie nicht in Ihre Hände, Füße oder Ihren Rücken drücken. Handtücher sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Yoga-Ausrüstung für Anfänger. Handtücher können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, vom Greifen bis zum Sitzen. Für die meisten Anfänger sind Handtücher geeignet, um die Hände zu trocknen und warm zu halten. Ein zweites Handtuch sollte unter Ihre Matte gelegt werden, um sie trocken zu halten. Außerdem kann eine Yogamatte rutschig werden, wenn sich Schweiß auf ihr sammelt. Requisiten sind für die Yoga-Praxis unerlässlich, aber einige Requisiten sind nicht notwendig. Matten bieten mehr Stabilität als Bodenbeläge und ermöglichen ein effektiv ihres Dehnen. Die Verwendung von Yogagurten und Blöcken kann Ihnen helfen, beim Dehnen einen besseren Halt zu finden. Auch anderes Zubehör, wie Stirnbänder und DVDS, kann Ihre Praxis verbessern. Blöcke sind ein weiteres wichtiges Element der Yoga-Ausrüstung für Anfänger. Die Blöcke bestehen in der Regel aus Schaumstoff und sind leicht, sodass Sie sie leicht in Ihrer Tasche verstauen können. Sie können bei der Ausrichtung helfen, insbesondere bei stehenden Haltungen. In ähnlicher Weise können Ihnen Yogagurte bei Gleichgewichts- und Dehnungsübungen helfen. Die Bänder können bis zu 10 Fuß lang sein und sind in vielerlei Hinsicht nützlich. Sie können auch Widerstandsbänder verwenden, um Ihren Körper für Yogastellungen zu trainieren. Diese Bänder helfen Ihrem Körper, stärker und flexibler zu werden, sodass Sie anspruchsvollere Posen länger halten können. Ein Augenkissen kann Ihnen helfen, Yoga zu praktizieren, ohne Ihre Augen zu strapazieren. Dieses Zubehör ist preiswert und kann im Handel erworben werden. Augenkissen helfen Ihnen auch, Yoga zu praktizieren, ohne den Stress der verrenkten Haltungen. Sie sollten auch in einen Yogastuhl investieren, um Ihre Yogapraxis bequemer zu gestalten. Mit einem Yogastuhl können Sie üben, ohne Ihren Rücken oder Ihre Knie zu belasten. Ganz gleich, ob Sie Ihrer Praxis mehr Abwechslung verleihen oder Sie einfach nur erleichtern möchten, eine Yoga-Ausrüstung ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Praxis. Sie können entweder Ihre eigene Ausrüstung kaufen oder sich die Ausrüstung von Freunden ausleihen. Sie können zwar viel Geld für die Ausrüstung ausgeben, aber die meisten Yogastudios berechnen Ihnen nichts für die Nutzung Ihrer Ausrüstung. Die meisten Studios gewähren Ihnen sogar einen Rabatt, wenn Sie Ihre gesamte Ausrüstung dort kaufen. Und wenn Sie der Ausrüstung überdrüssig werden, können Sie sie einfach weiterverkaufen. Sie werden zwar kein Vermögen mit der Ausrüstung verdienen, aber Sie sollten in der Lage sein, die Kosten in kürzester Zeit wieder hereinzuholen. Yoga-Ausrüstung kann sehr hilfreich sein, wenn Sie Yoga praktizieren. Von der Matte bis zum Handtuch müssen Sie vor dem Kauf einige Dinge beachten. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Optionen, also sollten Sie wissen, was Sie wollen, bevor Sie einkaufen gehen. Den ganzen Artikel 11 unverzichtbare Yoga-Ausrüstungen für Anfänger, um täglich Yoga zu machen, mit verschiedenen Videos, finden Sie auf www.intuition.ch Einfach den Link unter dem Video anklicken. Einfach den Link unter dem Video anklicken.